Danke, Dr. Wolf Rössler, und jetzt kommen hier Herr Kahn, Datenschützer, privaten Kandidat und vor allem auch nicht, die Vereinigte Datenschützer, Rhein-Main. Auch du, Jürgen, hast die im Hessischen Landtag eine Position vorgetragen und ich denke, du bist es für uns noch mal kurz in der Runde. Ja, herzlichen Dank, Frau von meiner Seite, schön, dass Sie da sind. Es gibt einen bestimmten Punkt in der Diskussion zwischen Sicherheit und Bürgerrechten, an dem man sich entscheiden muss. Möchte man einen starken Rechtsstaat haben, und ein starker Rechtsstaat bedeutet auch starke Bürgerrechte, oder möchte ich noch mehr Sicherheit haben? Wenn dieser Punkt erreicht ist, und ich fürchte, wir haben ihn bereits erreicht, und man sich für mehr Sicherheit entscheidet, dann hat das automatisch zur Folge, dass Bürgerrechte abgebaut werden müssen. Weil ansonsten ist diese Sicherheit nicht zu erreichen. Das können Sie ja allein mit Straßenverkehr. Sie dürfen nicht frei über die Straße gehen, wenn da eine Handel ist, das ist ein ganz simples Beispiel, und das können Sie auch Bürgerrechte bliebig anwenden. Das führt auch zu mehr präventiver Überwachung. Denn wenn ich Bürgerrechte einschränke, da muss ich auch sicherstellen, dass das eingehalten wird. Und das führt im Zweifelsfall in eine Eskalationsspirale, in einem Präventivstaat, in einem Obrigkeitsstaat, unter Befechern, in einem Polizeistand. Wenn man das anspricht, hört man häufig, naja, wer nichts getan hat, der muss auch nichts befürchten. Wir haben gerade eben gehört, Gesetz kann sich ändern, und das wäre rapide. Bei Bayern, schönes Beispiel, beziehungsweise sehr unschönes Beispiel, bei psychischen Stillerungen, die stationär behandelt wurden, sind nicht nur massive Einschränkungen der Menschenrechte, was die stationäre Behandlung angeht, werden erfolgen, sondern sobald die Entlassung erfolgt, der Mensch also zumindest so weit erhaltet ist, dass er an der Gesellschaft wieder teilnehmen kann, muss dieser Entlassung der Polizei mitgeteilt werden, und dies wird fünf Jahre lang gespeichert, und ist anderen Verhörern zugänglich. Was das bedeutet, das können Sie sich vorstellen, inwiefern da noch von dieser Möglichkeit genutzt wird, sich unter anderem vor sich selbst zu schützen, wird eher abwägen. Und Sie mögen sagen, naja, das trifft mich nicht, aber 10% aller Schwangeren trifft die Schwangerschaftsdepression. Und 10% aller Frauen, die schwanger geworden sind, davon kommen natürlich nicht, werden nicht alle stationär behandelt, aber ein gewisser Teil schon, die haben sich nicht zu Schuld kommen lassen, und werden stigmatisiert, wir können wieder ab und bis jetzt. Der zweite Spruch, den man gerne hört, ist, ich habe doch nichts zu verwerben. Ja, wenn wir nichts zu verwerben haben, dann wollen Sie aber auch nichts ändern. Wenn wir etwas ändern wollen, müssen Sie manchmal da mit Mitteln oder zu Mitteln treiben, die eventuell nicht ganz legitim sind. Denken Sie zum Beispiel an das Frauenbeirat. Das ist mit Mitteln erkennt worden, die für die damalige Zeit illegitim waren. Arbeitsplätze, Gewerkschaften, Mieter. Alles ist nicht so gelaufen, wie sich der Gesetzgeber das zu der damaligen Zeit vorgesinnt hat. Aber Sie können auch ruhig in die etwas jüngere Vergangenheit gehen. Denken Sie an Schizier-Männing oder etwa Snowflug. Auch hier sagt der Staat, das sind Verbrecher. Nach dem Gesetzesentwurf bedeutet das, dass Sie abgehört werden können, dass Sie von Online-Überwachtung betroffen werden. Und das ganz regulär über dem § 202 des DGB und das G-10-Gesetz. Sie könnten eventuell wissen, dass Sie überwacht werden. Dann werden Sie sich anders verhalten. Nehmen Sie an, Sie haben einen Nachbarn, von dem Sie vermuten, der hat bei Ihnen im Haus eine Kamera steckt. Dann werden Sie sich so lange anders verhalten, bis Sie entweder die Kamera entdeckt haben oder sicher gehen können, dass es keine da ist. Es findet eine Schere überhaupt statt. Und diese Schere ist gefährlich für die Demokratie. Wir hatten gerade auch in der deutschen Vergangenheit zwei Institutionen, die für die Überwachung und vor allem auch politisch motiviert überwachen. Und da müssen wir hier auch von Thorsten, dass das eine solche ist, von Bürgerinnen und Bürgern quasi so eine Mühle darstellen. Das eine war die Gestapo, alles andere ist die Staat. Und wir befinden uns wieder auf einem Weg dorthin, denn was diese beiden Institutionen auszeichnete, war, dass sie eine Verquickung von Polizeibefugnissen und Geheimnisbefugnissen waren. Und genau das wird wieder ins Weltkrieg sein, aber mit zunehmender Wassertheit. Zwei dieser Befugnisse, die kommen sollen. Für das Landesamt für Verfassungsschutz, ich sage lieber Geheimdienst, sind die Quellen-TKÜ und die Online-Wüssenbefug. Quellen-TKÜ ist die Möglichkeit, quasi bei einem Smartphone und bei einer verschlüsselten Kommunikation so zu agieren, als hätte man ein normales Telefon. Noch früher ist man zum Provider begangen, zum Telefonbetreiber, man hat die Karte gelegt und konnte aber sehr gezielt. Die Zielperson, die man erreichen wollte, die hatte einen Anschluss, diesen Anschluss konnte man abholen. Bei Smartphones ist das nicht möglich. Auch bei anderer verschlüsselter Kommunikation ist das so nicht möglich, denn sie erhalten nur Datenwellen. Das heißt, sie müssen vorher rein oder nachher. Wenn sie aber vorher oder nachher rein wollen, dann müssen sie in das Betriebssystem, das heißt, sie müssen Schadstoff-Software einsetzen. Die findet sich nicht einfach so auf der Straße, sondern die muss entwickelt werden oder die wird entwickelt und das vor allem von Kriminellen. Diese Software wird dann angekauft, das heißt, es wird auch nochmal ein Markt angeheizt, den wir mit Sicherheit nicht wollen. Und diese Lücken müssen geheim gehalten werden, weil ansonsten können sie sie benutzen. Ansonsten wird der Hersteller hingehen und die Lücke schließen. Wenn diese Lücke aber geheim gehalten offen bleibt, dann können die auch andere entdecken. Oder im Fall von Bonacry geht sie einem Geheimdienst mal verloren, wird ihnen geklaut. Und die Folgen davon haben wir gesehen. Wir haben bei Bonacry extrem Glück gehabt, dass das so schnell beschlossen werden konnte und das war zufällig. Ja, obendrauf kommt dann die Online-Durchsuchung. Da wird dann der Inhalt des gesamten Gerätes angezahlt. Das heißt, es wird geschaut, was auf ihrem Smartphone, was auf ihrem Smartphone da ist. Theoretisch sagt das Gesetz zwar, dass der Kernbereich der genannten Lebensgestaltung geschützt sein muss. Aber wie machen sie das denn? Zu einer Datei sieht man ja von außen nicht an, was drin ist. Also müssen sie reinschauen. Und sie werden reinschauen. Erinnern Sie sich an die Kamera vom Nachbarn? So ähnlich ist das. Das ist das Gefühl, was sie dann haben. Es könnte in meine private Lebensgestaltung reingeschaut werden. Selbst wenn das nicht gegen sie verwendet werden könnte, ist das Gefühl viserabel. Und genau dieses Gefühl hat die Bundesregierung angesetzt, als sie gegen Wohnungseinbrüche vorgehen wollte. Und das beschärfen wollte und gesagt, ja, dieses Gefühl ist so mies, dieses Ungeschütztsein, das wollen wir den Bürgerinnen und Bürgern ersparen. Im Fall von Verfassungsschutz wollen sie es nicht. Ja, und zur Folge hat das dann eben, dass man sich überlegen muss, was man tut. Und dass man eben nicht verdächtig wird. Im späteren Verlauf kommen wir dazu, dass ihnen das nicht helfen wird. Aber vor allen Dingen bedeutet das auch, dass zwei wesentliche Grundrechte eingeschränkt werden. Das eine ist die informationale Selbstbestimmung, und das andere ist die Vertraulichkeit, die Integrität und Vertraulichkeit von technischen Systemen. Und die brauchen wir in unserer heutigen Welt. Wenn wir nicht mehr darauf zählen werden, dass unsere technischen Systeme funktionieren und nicht angetastet werden, dann sind wir verloren. Da funktioniert auch ihre Klubschmöglichkeit. Der Verfassungsschutz soll aber noch ein paar weitere Befugnisse bekommen. Das ist Aufhebung, ich mache es noch ein bisschen kürzer. Aufhebung, Brief- und Kommunikationsgeheimnis, optische und akustische Wohnraumüberwachung und Ordnung von Mobiltelefonen. Die Zuverlässigkeitsprüfung mit dem Land bei den mit Landesmittel geförderten Beratungsstellen zur Prävention und Intervention gegen verfassungsweinliche Bestrebungen, das muss man sich mal vorstellen. Das wurde zwar dann später halbherzig geändert, also es gibt einen Änderungsantrag der Regierungsfraktionen zu ihrem eigenen Gesetz, aber eben nur halbherzig, nämlich im Wesentlichen nur auf Bestandsschutz, das heißt die, die jetzt schon tätig sind und gefördert werden, die dürfen auch darauf hoffen. Alle anderen müssen sich den Kunden anstellen, ich verspreche Ihnen, keine der Institutionen, die die Sache ernst nehmen, wird ihre Mitarbeiter prüfen lassen. Das heißt, es geht in diesem Bereich enormes nach Aufhebung und viel Kraft. Ja, selbst wenn Sie diese Prüfung zulassen, was erhalten Sie dann vom Verfassungsschutz? Also nicht Sie natürlich, sondern derjenige, der es beauftragt hat, ja oder nein. Das ist sehr witzig, weil Sie dürfen nämlich Stellung nehmen dazu. Nehmen Sie Stellung bitte zu, ja oder nein, Sie sind verfassungstreu. Können Sie nicht. Also zumindest nicht, wenn Sie nicht selbst anzeigen wollen. Denn in Hessen gibt es gegenüber dem Verfassungsschutz keine Auskunftsbefugnis. Wir können doch nicht einfach fragen und sagen, was habt ihr über mich. Das soll doch nicht eingeführt werden, weil das wäre jetzt nämlich die Gelegenheit gewesen, beziehungsweise im hessischen Datenschutzgesetz, was ja auch individuell wurde, allerdings muss ich sagen. Im Bund geht das nicht. Ja, das war so im Wesentlichen vom Verfassungsschutz, aber es wird ja auch noch die HSUG, also das hessische Polizeigesetz, geändert. Übrigens auch in zwei Schritten, die sehr interessant sind. Im ersten Schritt waren zwei Punkte im Wesentlichen dabei, das waren die Wesentliche, die Fußfessel, hatte Rolf gerade schon ausgeführt. Und dann kam so viel Druck auf, wegen den Präventionsprojekten, dass man eben einen Änderungsantrag gemacht hat, der auch in der Kresse dann rumging. Und in diesem Änderungsantrag hat man weitere Verfundnisse und Änderungen in der HSUG gemacht, die dann nicht mehr so stark in der Kresse waren. Ein Punkt davon ist automatisierte Anmeldung von Datenanmeldungen, Predictive Culliess. Was dort unter anderem gemacht wird, ist ein Beziehungsnetz aufzubauen. Das heißt, zu gucken, wer, wem, was, wann tut. Im Gesetz selber gibt es keine Grenze, in wie viele Glieder hinein das geschieht. Also nur ein Glied, das heißt, das sind vier, zwei Glieder. Das heißt, da wäre jetzt auch Ihre Tochter jetzt rum, Ihr Partner mit dabei. Und man kann ja mal einen schönen Satz drauf machen. Ich hoffe, dass in Ihrem Freundeskreis niemand eine Tochter hat, dessen Partner einen Bäcker anliefert, der dann vermutlich einem Terrorist jeden Tag einen Brot bekommt. Weil dann sind Sie mit drin, in den fünf Gliedern. Man geht davon aus, dass in einem sozialen Netzwerk mit fünf Gliedern alle Menschen innerhalb dieses sozialen Netzwerks getätigt sind. Überlegungen beim Geheimdienst und bei der Innenministerkonferenz sind ein bisschen skeptisch zu geben. Wir haben eine Ausweitung der polizeilichen Videoüberwachung. Und zwar werden Möglichkeiten, die vorher der Gefahrenabwehrbehörde möglich waren, jetzt der Polizei möglich und weiß wer sei. Ich komme gleich nochmal darauf zurück, warum wir eine Unterscheidung zwischen Gefahrenabwehrbehörden und Polizei haben. Ihnen ist das so nicht bekannt. Wir haben eine Ausweitung der Videoüberwachung auf Räumlichkeiten, das war, gab es oder nicht. Und eine Ausweitung von Aufordnungswidrigkeiten. Das heißt nicht nur mehr Videoüberwachung, sondern auch schon allein bei Aufordnungswidrigkeiten. Diese Klanglichkeit steht allerdings dann nicht in dieser Gesetzesnovelle, sondern das wird geregelt bei der Änderung des Hessischen Datenschutzgesetzes. Jetzt wissen Sie ja auch, warum wir die Videoüberwachung haben. Ausweitung von Bodycam-Einsatz. Das sind diese kleinen Kameras auf der Schulter der Polizistinnen und Polizisten. Vorfeldaufzeichnungen von Bild und Ton auf Deck. Unbeteiligte Dritte dürfen erfasst werden. Es kommen noch Meldeauflagen hinzu, die erteilt werden können. Und zwar dürfen bis zu zweimal täglich über einen Zeitraum von sechs Monaten Strafbewerbungen bis zu zwei Jahre Haft. Ja, eigentlich hatten wir, und deswegen habe ich vorhin mal die Gesetzesnovelle erwähnt, hatten wir mal so etwas wie ein Trennungsgebot. Verfassungsschutz oder Geheimdienste und Polizei sollten nicht dieselben Mittel da haben. Das ändert sich. Die Polizei wird immer militärischer aufgerüstet, erhält immer mehr Befugnisse, muss immer weiter in das Vorfeld, also in den Bereich von Unschulden nach dem Gesetz und der Verfassungsschutz sagt immer weiter in den Bereich der aktiven Verfolgung. Es gab, das Trennungsgebot gibt es auch noch auf einer anderen Ebene, nämlich zwischen Polizei und Gefahrenabwehrbehörden. Gefahrenabwehrbehörden sind hier in Hessen zum Beispiel die Stadtpolizei in Frankfurt, die nochmal ein besonderes Recht hat. Das sind die Ordnungsämter, das sind Gesundheitsämter, Zoll, solche Geschichten. Die haben eigentlich, und das war ein Auftrag, den die Alliierten uns mitgegeben haben bei der Gründung und bei der Gründung des Grundgesetzes, dass die voneinander getrennt werden sollen. Und die wachsen wieder zusammen. Wir lernen nicht, ob es der Geschichte ist. Wir leben uns. Wie weit das alles zusammenwächst, und vor allem Geheimdienste und Polizei zusammenwächst, wachsen. Das sieht man zum Beispiel in der Gründung von irgendwelchen Zentren. Gemeinsame Analyse- und Strategiezentren ist das beliebte Wort dafür. Da gibt es die GTAZ, das ist gemeinsame Terrorismusabwehrzentrum, das war das erste. Gemeinsameses Internetzentrum, gemeinsame Analyse- und Strategiezentrum, legale Integration, internationales Cyberabwehrzentrum, gemeinsame Extremismus- und Terrorismusabwehrzentrum, und in Hessen haben wir das Informations- und Analysezentrum, die Tischmodivierte Kriminalität. In all diesen Zentren sitzen Polizei und Geheimdienste nebeneinander. Wir haben zwar jede hier einen eigenen Chef, damit es normal dem Trennungsgebot in Lüge tut, aber sie arbeiten streng, sie arbeiten zusammen, treffen sich jeden Tag, tauschen Informationen aus, unkontrollierbar. Aber das lege ich nicht dran und so. Und das tut einer der UK-Diener nicht gut. Und in unserer Stelle möchte ich auch in der UK-Diener, damit wir noch ein bisschen zur Diskussion gekommen sind. Danke.